So wird der Grimace-Shake schmecken, wenn wir ihn heute besiegt haben. Und ich hab wieder meinen guten Freund Jim Lee dabei. Das geht, Niki. Mir geht's gut. Hast du schon Bock, den Grimace zu spielen? Oh, sowas von. Und weißt du was? Grimace hat Geburtstag und wir müssen uns um ihn kümmern. Und naja, das könnte gruselig werden, Niki. Ich sag, komm, wir gehen hier rein. Drei, zwei, zwei, eins. Ey, warte. Ich bin drin. Cooles Logo. Sag mal, Niki, wer sind denn die beiden? Ich weiß es nicht. Die sollen weggehen. Niki, wir sind hier in der Geburtstagsparty. Das sieht richtig cool aus. Und das ist anscheinend seine Mutter. Aber was hat die Mutter mit Grimace zu tun? Und warum hab ich hier so was? Ich hau den einen auf die Mütze. Guck mal. Das ist cool. Okay, wir müssen uns hier, wir müssen die Münzen einsammeln. Schnell, Niki. Wir brauchen ganz viele Münzen. Oh, schnell, schnell, schnell. Wir haben gar nicht viel Zeit. Oh, oh, schnell. Alles mitnehmen, Leute. Mit den Münzen können wir uns Sachen kaufen. Wusstest du das, Niki? Ehrlich? Ich komm auch. Ich hab jetzt schon vier Dollar. Oh, fünf. Ich hab sechs. Oh, Mann. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Ich will nämlich nicht, dass Grimace am Ende kommt und uns aufisst. Okay, man kriegt, glaube ich, noch acht Dollar in dem Haus. Ich hab neun. Wow, super. Ich lauf jetzt raus. Okay, wir sollen rausgehen. Genau. Ja, wir sollen hinten im Backyard. Ah, hier die Münze. Ah, da sind noch mehr Münzen. Yippie. Wow, super. Boah, die werde ich mir alle mitnehmen. Und dann wird das Grimace-Monster keine Chance haben. Haha. Ich bin gespannt, wo das Grimace-Monster im Moment ist. Mhm. Oh, hier ist ein Hund. Winston. Hä? Boah, wie viele Münzen hast du, Niki? Sag schnell. Ich hab 13. Ah, ich hab auch 13. Hm. Jetzt hab ich 14. Oh, oh. Was ist denn? Oh, oh. Ich hör irgendwie komische Musik. Wirklich? Ist bei dir schon Grimace da? Oh, oh. Oh, nicht, dass der gleich kommt oder so. Irgendwie höre ich es. Gibi, die die Bob, Bob, Bob. Yes, yes. Warte, es geht weiter. Come inside. It's time to celebrate. Oh, Grimace, ein Geburtstagskuchen kommt bestimmt jetzt. Wie denn aber nicht feiern. Grimace ist doof. Und außerdem ist hier noch eine Münze, die ich vergessen hab. So. Wir sollen uns Pizza nehmen. Oh, lecker. Hm. Mir schmeckt das aber nicht. Oh, Mann. Na schön. Hier, ich hab die Pizza gegessen. Ich auch. Nicht, dass sie uns vergiftet hat, die Murza und Timmy. Meinst du? Draußen ist auch schon Nacht. Das könnte richtig gefährlich werden. Timmy ist ein doofer Name. Den hau ich jetzt eins über die Rübe. Genau. Weg mit den. Weg mit den. Warte mal. Es hat geklingelt. Oh. Grimace. Grimace. Was macht den Grimace da? Oh. Hä? Ich glaub, wir müssen ihm eins. Über die Rübe hauen. Heu meine Rübe. Nein, der hat Geburtstag. Wir dürfen ihn nicht ärgern. Ah, ah. Oh, oh. Ähm. Anscheinend ist der noch lieb. Der hat sogar ein Grimace Milkshake. Guck mal in der Hand. Ja, aber wir sollten ihn, glaube ich, nicht essen. Oder trinken, besser gesagt. Ach, wir müssen das essen. Der sieht voll nett aus. Grimace. Komm schon, Niki. Ich hab ihn. Ich will auch einen haben. Guck mal, was passiert. Und zack. Was passiert da? Guck mal. Oh, der leuchtet so cool. Oh, I think it's time for bed. Oh, man. Wir müssen schlafen gehen, Leute. Oh, oh. Der Keller hat sich geöffnet. Guck mal nach unten. Ähm. Müssen wir jetzt da runter gehen? Ich hab meinen Knüppel in der Hand. Soll er kommen? Nee, hier wollen ich. Ja, ich nehme auch meinen Knüppel in der Hand. So. Was ist da unten? Na, ich geh lieber hoch schlafen. Okay. Ich, äh, ich geh mit dir mit. Äh. Ich will auf jeden Fall aufpassen. Oh, man. Wir müssen aber jetzt ins Bett gehen. Los, komm schnell. Äh, irgendwie wird mir ein Pfeil angezeigt. Ja, du musst hier ins Bett gehen. Gute Nacht. War ich doch gerade schon. Ah. Oh, ich schlafe mit meinem Baseballschläger. Falls der nämlich kommt, gibt's eins auf die Mitte. Genau. Ich auch. Und wie Grimace ist hier irgendwo. Ich will nicht, ich will nicht, dass der kommt. Niki, es ist drei Uhr nacht. Oh, nein, 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 nein. Steh auf. Oh, Mann. Ich kann auch nicht schlafen. Und wir können hier gar nicht raus. Wir sind eingesperrt. Warte mal. Kann da... Ist irgendwas. Warte mal, was ist... Was ist mit dem Fernseher los? Welchem? Hä? Der blinkt so komisch. Guck mal. Oh, nein. Äh, das ist gruselig. Warte mal. Was passiert da mit dem Fernseher? Ja, ziehst du das auch? Grimace ruft an. Okay, wir müssen reingehen. Äh, okay, ich geh ran. Hä? Ich werd reingesaugt. Ah! Ah! Oh, nein, 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 nein. Warte mal. Das Grimace... Ah! Vorsicht. Aber der war doch nett, oder nicht? Versteck dich. Ich will mich nicht verstecken. Wir sind hier irgendwo eingesperrt. Oh, nein. Hier oben sind Münzen. Komm, 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 komm. Wir müssen die Münzen mitnehmen. 100 Prozent. Oh, sehr gut. Wie viel hast du schon, Niki? 17. Oh, ich hab 16. Oh, nein. Brauch mehr. Geht's da etwa raus? Nee. Oh, Mann. Ich brauch die ganzen Münzen hier. Kommt schon. Ich hab 18. Aber wo sind die denn? Ich hab auch 18. Glaubst du, wir können mit Grimace reden? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ganz komisch hier. Das Spiel scheint schon neu, sehr neu zu sein. Das Spiel scheint gruselig zu sein, weil Grimace einfach hier ist. Naja, was ist los? Hör, was ist los mit dem Licht? Mann, Niki, auf das Licht ausnahm zu machen. Ich versteck mich. Ich versteck mich hier. Ich auch. Ich meinst du. Du bist mein bester Freund. Du weißt, ich mag dich. Ja, meinst du, Grimace ist böse geworden? Ah, weg hier. Weg hier. Weg. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Du musst nach oben. Du musst nach oben. Oben, oben, oben. Okay, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist genau hinter dir. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Nein. Niki, du bist gut. Oh mein Gott. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Nein, nein. Ah, wohin? Ah, er hat mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 70 Leben noch. Aber wohin? Der soll abhauen. Müssen wir den? Nein, warte. Ich werde gegen... Ich kann nicht gegen ihn kämpfen. Ich bin entkommen. Nein, nein, nein. Ich nicht. Er ist genau hinter mir. Oh nein. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Wie soll ich denn jetzt... Ach, wie klar. Er hat Leben. Aber wie kommen wir hier weg? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ehrlich? Ja. Toll. Aber das ist schwer, Jim Lee. Warte mal. Ich habe jetzt zwei Knüppel. Aber du kannst aber nur einen nehmen. Ja. Das ist ein Ausgang. Wow. Jetzt wird der uns erst angezeigt. Deswegen. Ja, die Bösen. Los, wir müssen nach oben. Wir schaffen das. Komm schon, komm schon, komm schon. Und hoch hier, Leute. Endlich schaffen wir es. Ja. Dann ist es doch gar nicht mehr da. Wir brauchen uns doch gar nicht so schnell beeilen. Wir haben uns einfach freigekauft für das Level anscheinend. Eins zu... Dann... Egal. Dann sind wir eben reich. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen, Leute. Und ich würde sagen... Hä? Wie kommen wir an die Zip-Line ran? In 30 Sekunden. Okay. Aber wir sollten auf jeden Fall abhauen. Da hat er recht. Und da vorne sind Münzen. Boah. Ich nehme die alle mit. Wieso geht das nicht? Doch, das geht. Guck mal. Tschüss, Niki. Oh. Weg hier. Ich nehme die Münzen mit. Nein, ich kann die irgendwie nicht mitnehmen. Egal. Ich habe es sowieso gehört. Warum ist da unten Polizei? Hä? Warum ist hier Polizei? Was ist hier passiert? Stop. Grimace war hier. Meinst du? Das muss fahren. Der hat wohl eine Meise. Das war nicht fahren. Das war überhaupt nicht fahren. Genau. Wir mussten richtig aufpassen. Und das Gino leben und um nicht leben. Das sind zwei Grimace-Monster. Wir müssen jetzt bekämpfen. Niki. Niki, lauf. Kannst du die bekämpfen? Das Problem ist... Wir sollen uns die schnappen. Sind die stark? Ja. Oh, oh. Wow. Wie viel Leben hast du noch, Niki? Das schafft ihr gar nicht. Ich helfe dir. Alle auf ihn. Oh, oh. Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Ja, oh mein Gott. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es geschafft, Niki. Du bist einfach der Beste. So, dafür jetzt ein Like und ein Abo. Auf jeden Fall bei uns beiden. Hippie. Oh, Mann. Grimace war echt böse. Der wollte uns einfach hochnehmen. Hä? Das kommt, glaube ich... Warte mal. Ah. Die ganze Brücke fliegt runter. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Das heißt, wir müssen... Wir müssen da rüber. Komm. Wir schaffen das. Und rüber geht's. Das ist ein Jump'n'Run. Hä? Und Jump'n'Run ist ja voll einfach. Das ist der... Der kaputte Brücken-Jump'n'Run. Und geschafft. Guck mal, hier ist Grimace als Bauarbeiter. Hm. Na, das ist doch nicht Grimace als Bauarbeiter. Das bin ich. Haha. Wieso? Bist du ein Bauer oder ein Bauarbeiter? Nein, weil ich ein Bauarbeiter bin, der richtig breit ist. Und weißt du was? Ich glaube, es geht weiter. Ich bin YouTuber. Jimblee, das weißt du doch. Niki, warum sind da so komische Sachen da unten? Das weiß ich nicht. Das sieht nicht aus wie ein Aufzug. Das sieht ganz gruselig aus. Ich glaube, wir sollten hier schnell... Nee, wir können doch nicht runter. Wie kommen wir da runter jetzt? Warte mal. Wir müssen uns, glaube ich, so entstehen, dass wir dann direkt runterfallen. Ja, du hast recht. Warte mal. Es geht nach unten. Oh mein Gott. Du darfst auf jeden Fall nicht die Sachen berühren, Niki. Jetzt verstehe ich das. Oh, oh, oh. Das ist sehr gefährlich. Warte mal, ich werde da hinten hingehen. Nicht den Schleim berühren, nicht den Schleim berühren. Oh, oh. Zu den Schleim berührt? Nein. Sehr gut. Das verstehe ich auch nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Warte mal, hey. Spring, spring, spring. Aber ich bin hier unten. Ich kann nicht. Oh, ich muss hier drauf bleiben. Oh. Hast du das geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft. Verdammt. Oh, Jim Lee, ich mache das schon für uns beide. Und jetzt geht es auch noch hoch mit dem gleichen Gitter. Oh. Ah, das bin ich. Und weißt du was? Es geht hoch. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, Vorsicht. Okay, ich vertraue dir, Niki. Wie vertrauen? Nein, vertrau mir nicht. Warum das machst du? Es ist echt gruselig. Wohin müssen wir gehen? Ah, es geht wieder nach oben. Okay, pass auf. Schau nach oben, schau nach oben. Jim Lee, das sage ich dir doch die ganze Zeit schon. Oh, oh, oh. Ich bin sicher. Okay, wir haben es geschafft. Ich auch. Du bist voll klein. Ach so, du bist da. Haha. Das war echt gefährlich. Hä? Schau mal. Da ist ganz viel Gold. Boah, wie cool. Was soll Gold sein? Halten sie sich raus. Hä? Warte mal. Nein, das ist ein Sarg. Siehst du das? Er sagt, was ist hier drüben? Komm mal her. Ich glaube, wir müssen hier reinspringen. Bist du sicher? Willst du da mal reinspringen? There's only one way to find out. Let's go. Woo. Komm schon. Ich will da rein. Das wird richtig lustig. Hä? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, oh. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ähm. Oh, oh. Sag mal. Äh. Niki. Das sieht mir aber jetzt nicht nach, äh, nach einem Spaß aus hier. Ich würde sagen, die machen das Schild noch größer, was uns immer die Sicht versperrt hier. Genau. Oh Mann. Wir müssen jetzt echt aufpassen, Leute. Aber Niki ist richtig gut im Jump'n'Run. Und ich werde natürlich beide Münzen mitnehmen. Okay. Und jetzt einmal rüber hin. Hä? Wie ist denn Timmy rübergekommen? Du hast nur noch sieben Sekunden. Komm schnell. Warte hier. Es geht auch nicht weiter, wenn du nicht kommst. Hm. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich was auf uns runtergekullert. Ich auch. Okay. Ich hole die Maschine vor. Ich mache die Maschine aus für uns. Wow. Ah. Okay, ich muss mich hier bleiben. Du hast es geschafft, Niki. Wow, 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 wow. Oh, ich bin oben. Ja, ich stelle die Maschine raus. Warte. Hm. Ausgeschaltet. Sehr gut. Kann sein, dass das vielleicht nur für mich geht. Jimly, wo bist du denn? Du bist ja voll weit weg. Ich bin wieder im Hauptmenü. Nein. Also, kannst du mir noch nachjoinen oder muss ich jetzt alleine machen? Hm. Ich glaube, du musst alleine machen. Oh, ich mache das für uns beide, okay? Okay. Äh. Dein Riesengrimace. Oh nein. Du, was hast du mit Jimly gemacht? Ich zeige es dir jetzt. Hm. Komm, 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 komm. Wow, wow, wow. Wow, ist der riesig. Ich gucke euch den an. Wir müssen schnell. Was? Beküßt die Kids deserve it? Now we don't. Let us go, Grimace. Ja, let's go. Let us go. Wir wollen weg hier. If you want to leave, you have to get past me. Ah, das Tor wird sich gleich öffnen. Und dann müssen wir da versuchen, reinzulaufen. Oh. Okay. Ah, und jetzt? Kann der Boss nur beschädigen, wenn er... Die Nachrichten gehen so schnell weg. Das finde ich nicht in Ordnung. Was stand da denn? Scheiß es mir unten in die Kommentare. Okay. Wow. Er hat rote Laseraugen. Da ist ein kleiner Grimace. Die müssen wir verprügeln. Verprügeln. Stehe hier rauf. Bam. Boah, guckt euch den an. Den riesen Grimace. Den mache ich auch fertig. Was du mit Jimly gemacht hast. Oh, der Schleim kommt immer höher. Oh, nein, 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 nein. So. Oh, jetzt kommen seine Laseraugen wieder. Und vorsichtig. Ja. Da ist er. Da ist er. Ich muss stehen bleiben, weil ich nicht weiß, wenn man sonst ihn tötet. Und Jimmy, äh, oh, das ist noch ein zweiter. Ne, ich werde jetzt sterben. Wie ist Dizzy? Guys, get him. Oh, hier. Wir müssen ihn, wir müssen ihn jetzt prügeln. Oh, ich sterbe an dem anderen Ding. Aber ist wieder wach, ist wieder wach, ist wieder wach. Es kommt ein neuer. Wie soll man das denn schaffen? Das schafft man doch gar nicht. Wir sind viel zu stark. Oh. Du schaffst das. Nein, der. Oh, Laseraugen, Laseraugen, Laseraugen. Oh, Timmy, mach weiter. Der ist so nutzlos. Oh, ich bin gestorben. Ich revive mich jetzt erst mal. Oh, es geht weiter. So, wir haben uns ein Leben gekauft. Und der muss jetzt auf jeden Fall drauf gehen. Aber wie mache ich das denn am besten? Ich verliere immer sofort sieben Leben. Oh, der große Grimms ist kaputt. Angreifen, angreifen. Also ich frage mich, was Timmy hier macht. Komm, angreifen, angreifen. Wo sehen wir denn, wie viel Schaden der schon hat? Oh, Laseraugen, Laseraugen. Oh, das funktioniert das überhaupt? Oh, da kommen zwei. Wo ist Timmy? Timmy ist gestorben, glaube ich. Nein, Timmy, greift die gerade an. Okay. Oh, Laseraugen. Ah. Oh, ich muss hier schnell rauf. Oh, das war knapp. Okay. Ah, mit Maus ist das immer so ein bisschen schwierig. Wie spielt ihr denn in Roblox? Spielt ihr das mit Controller? Oder mit Maus und Keyboard? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein fettes Like da, denn das ist voll schwierig. Man sieht auch keine Anzeige, wie viel Leben der noch hat. Oh, wir müssen jetzt kommen. Den großen Grimms. Aber wo steht seine Anzeige? Wir sehen noch gar nichts. Oh. Komm, komm, komm. Oh. Der ist wieder wach. Wow. Weiter, 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 weiter. Deine Laseraugen wollen mich holen. Oh, nein, nein, nein. Wenn mein bester Freund Jimmy doch hier wäre, das würde so viel leichter sein. Oh, ich brauche keine Gesundheit. Ich will deine Gesundheit nicht. Ich will, dass du jetzt drauf gehst, Grimms. Und dein dober Milkshake, den kannst du dir auch sparen. Hm, komm, komm, komm. Ja, keine Ahnung. He's this, guys, get him. Come, 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 come. Wir haben nur noch geringe Energie, 17%. Oh, drückt mir jetzt die Daumen. Auf jeden Fall like, falls du noch nicht getan hast. Komm, 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 komm. Wir schaffen es. Oh, nein. Er lebt immer noch. Oh, ich brauche Jimmy hier, sonst klappt das nicht. Hm. Alle Gegner um. Seine Energie oben rechts, die müssen ganz klein. Timmy, du musst mir jetzt helfen. Komm. Oh, die Lava ist wieder da. Ich werde jetzt einfach von den doofen Dingern abbauen müssen, weil ich schaffe das sonst nicht mit 17 HP. Oh, es kommt noch mal Lava. Oh, dass wir aufgepasst haben. Oh, ich hoffe, der stirbt jetzt. Komm. Timmy, Angriff. Wir müssen sofort hin. Er darf uns mit seinen Laser Augen nicht treffen. Wow, wow, wow. Was macht der denn? Die müssen wieder schwindelig. Ah, ich bin gestorben. Oh, ich muss noch ein letztes Mal. So, das ist das allerletzte Mal. Und? Oh, das ist eine... Oh, das ist eine... Nein, 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 nein. Das ist eine Anzeige richtig. Aber ich sehe sie nirgendwo. Oben rechts stand die eben. Ich glaube, wir haben ihn besiegt, weil er schreibt no. Rimmis schreibt no. Wir haben ihn besiegt. Oh, super. Wir haben ihn wirklich besiegt. Lasst jetzt auf jeden Fall den für ein fettes Like da. Does this mean we get to go home? Ja, ich glaube schon. Komm. Jetzt haben wir ihn besiegt, den Großen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich krieg nichts. Und jetzt rein. Oh, hier ist was. Was ist das denn? Grimis ruft an. Oh, nein. Grimis ruft wieder an. Das should be answered. Natürlich müssen wir es beantworten. Oh, nein. Was sollen wir tun? Wir müssen antworten, natürlich. Ist doch klar. Hat er nicht gesagt. Oh, ich werde... Oh. Ah, in dieses Portal gezogen. Ha, ha, ha. Thank you for answering my call. You brought me back to life. Das ist doch nicht sein Ernst. Ah, Gott sei Dank. Wir sind aber drüben. Wichtig. Nein, wir sind Gefangene. What have we done? Genau, was haben wir denn gemacht? Warum ist der jetzt wieder reingegangen? Das verstehe ich nicht. Oh. Schlechtes Ende. Wir hätten nicht reingehen dürfen. Wir gehen zurück zur Lobby leider. Oh. Oh, Jim Lee. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Ich sage dir eins. Ich habe den besiegt und dann haben wir den Anruf angenommen und dann ist er wieder da gekommen. Also wenn du einen Anruf bekommst, dann nimm nicht ab, okay? Okay. Bis später. Und das war es mit dem Video. Pass auf jeden Fall jetzt ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall Jim Lee ab und in der Beschreibung. Und teilt das Video gerne mit deinen Freunden. Und bis zum nächsten Mal. Euer Niki. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020